Jojo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich befinde mich hier gerade auf dem LTR Server, habe da gestern angefangen, habe auch ja direkt eine Gilde gekriegt, Dream Crusher, die sind Rang 7, Anführer des Mr. Weapons, a.k.a. Tobi, a.k.a.i. Weapons, und ja, ich mache jetzt gerade mal an, aber Sammleragung finde ich leider nicht, ich versuche es hier schon die Sachen wegzunehmen, zu kaufen, aber das wird irgendwie nix, aber wir können jetzt mal den Dungeon probieren, jetzt gehen wir mal ein bisschen, so, gucken uns den Kampf an, könnte knapp werden, ich habe auch noch keine Waffe, aber das kriege ich auch, oh, das wird knapp, jetzt den noch aufhalten, und jetzt, erste Dungeonetage, und mal gucken, kein Sammleragung, war klar, fast gilde ich das lieber nochmal, ja, auf dem Server ist ja jetzt nicht gerade sehr viel los, ähm, Wölfchen ist, äh, der höchste Spieler hier, aber auch, die sind hier alle nicht gut, hier, 51% Album, 48% Album, okay, 55, das geht schon mittlerweile, 39% Album, also, so toll, und die nennen sich ja alle hier, hier zum Beispiel, drittbester Magna des Servers, ja super, also ich finde das nicht so, toll, auch wenn, wenn es hier jetzt nicht so viele Spieler gibt, warte mal, nur 867, aber trotzdem ist es genug für Sammleragung vorhanden, wenn ich eins kriegen würde, würde ich auch ziemlich schnell, äh, äh, was da zu tun, aber, ja, mal gucken, machen wir trotzdem mal an Arena-Kamp, ich bin jetzt dran, 282, ich mache mir hier gegen Don Reggie, hat sowieso keine Chance gegen mich, und 264, ja, packen wir uns mal wieder eine Quest, und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, ähm, ich könnte noch vier Freunde gebrauchen, damit ich noch vier Pilze kriege, um mir das Sammleragung zu holen, und, ja, dann packe ich meinen Refer-Link jetzt, äh, unter das Video, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, und bitte eure E-Mail validiert, ihr müsst nicht spielen, aber, Hauptsache, ihr validiert, wenn ihr wollt, könnt ihr hier spielen, denn, von 900, also knapp 900 Leuten, da könnten es dann noch ein paar mehr werden, und, ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch im Server spielt, vielleicht würde es alles ein bisschen spannender machen, ob ihr pilzt, ist eure Sache, aber, mal gucken, also, wie gesagt, ich packe mal Refer-Link unten in die Beschreibung, und dann sehen wir uns wohl in dem nächsten Video, vielleicht mache ich noch ein Dungeon später, oder vielleicht kommt heute gar kein Video, wenn wir mal gucken, aber wie nächstes kommt ein Video, bis denn, tschau!